mit level 18 am karpfenpuff angeln dann ist doch nicht der karpfenpuff hier bin ich noch am achter und hier zeige ich dir wie ich auf level 18 gekommen bin und dann geht es jetzt gleich live mit level 18 direkt zum karpfenpuff also ihr lieben legen wir los ich bin hier tatsächlich wieder am fluss prah nachdem die sterlets bisschen genervt worden sind von dem gewicht die xp allerdings immer noch richtig satt sind stehe ich hier wieder an meiner geliebten stelle baller hier in das vier bis fünf meter tiefe loch ein und jetzt auch gerade schon wieder gebimmelt und ich angel hier non stop brassen und sterlets die brassen tendenziell eher für die kohle und die sterlets für kohle und dicke fette xp richtig 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 gut ziehen wir noch mal ein bisschen da und alles was gerade ein bisschen kleiner ist entweder habe ich das gerade kaputt oder verkaufs gucken wir mal was wir hier haben normale brasse nehme ich mit aber die hacken wir auch schon wieder klein ich habe nämlich zuletzt relativ wenig innereien gehabt deswegen nutze ich die chance gerade und fülle auch hier den kescher gerade auch wieder beziehungsweise mein inventar mit innereien wieder voll fisch innereien ich stehe hier mit folgendem setup mit den kleinen karpfenruten die man sich am zwölfer schon leisten kann mit futterkorb futter mische lucky fisch nicht der karpfen mische zweierhaken warum zweierhaken weil beim zweierhaken steht dran für fische zwischen drei und sieben kilo also nehmen wir den haken die sterlets liegen gerne genau dazwischen das heißt hier ja sechs komma irgendwas die blauen und die kleinen zwei drei kilo wir wollen aber natürlich eher die großen sterlets weil die bringen so richtig gut xp über 300 xp für so einen fisch und ich angele hier bei den routen mit oisterbeulie und mit der muschel tagsüber bin ich dann auch noch hier mit der fliege unterwegs für die rapfen denn auch die rapfen die bringen richtig gut richtig gut xp und man kann sich ja hier ganz gut dann schon die fliege leisten ich denke dass ich am nächsten gewässer wenn ich denn jetzt gleich 18 bin einiges verkaufen werde ich bin jetzt hier ja 2000 punkte vor level 18 und ja wenn es dann gleich soweit ist sehen wir uns am 18 wieder ich gucke mal wie viele fische das jetzt gleich noch werden und da bimmelt es schon wieder an der nächsten route aber mein kescher ist jetzt voll ich glaube den geben wir jetzt mal eben ab heißer denn je dieser spot heißer denn je und das eben schon ab level 8 also ich glaube das ist ein harter kampf zwischen diesem spot und diesen fischen oder den spiegelkarpfen ich bin mir noch nicht so ganz sicher aber ich glaube rein von der kohle her bekommt man hier mehr weil die die brassen zusätzlich als beifang auch noch so viel silber bringen das ist auch eben noch mal richtig gut also mal eben alles verkaufen zack 200 silber noch dazu und schnell zu der nächsten bimmelnden route ich habe jetzt gerade mal die fliegenroute wieder eingepackt und stehe jetzt hier als dritte mit der dritten route mit der 12 kilo route hier auch das funktioniert locker auch das funktioniert für den notfall habe ich ja immer noch das boot da vorne stehen dass man dann zur not wenn es wirklich ein zu großer fisch ist da einfach einsteigen kann machen wir mal licht an hier und dann gucken wir mal und es sieht man sieht es hinten im schatten müsste eine brasse sein und da bimmelt es doch schon direkt wieder los hier wird auch langsam zeit hier in der nacht war jetzt nicht wirklich viel los ein paar dicke brassen sind drangegangen keine sterlet und jetzt hier auf der etwas schwereren route guck mal da hinten sieht man schon den schatten da haben wir doch schon den sterlet zielfisch ja der sterlet beißt eben auch gerne tagsüber das ist gar nicht mal so dass der irgendwie dann nur in der nacht oder so dran geht sondern ruhig tagsüber einfach hier raus ballern die routen und vielleicht zwei routen auf grund und wie gesagt mit der dritten dann entweder verfliege oder spinning funktioniert super hier funktioniert echt gut sehr gut vom geld und von den xp das ist einfach der knackpunkt an vielen stellen ist halt entweder oder hier geht es echt beides ganz gut vorwärts so komm mal ran alten und da kommt er und zack das meine ich das meine ich neue optik hinten schön mit dieser rötlichen färbung an den flossen schwarz im vergleich zum stör der ist ja immer noch so sandfarben richtig richtig cool mit bonus xp 317 xp für den fünfeinhalb kilo fisch geil richtig geil und da bimmelt es wieder mal eben gucken den zerschnibbeln war noch mal eben hier der hat gewicht das könnte doch der letzte fisch sein zum level 18 ich hoffe es ich hoffe es die frage ist was ist es für einer ich glaube eine dicke fette brasse wird nicht reichen gerade noch einen schön feisten rapfen gefangen mit fast sieben kilo von den bewegungen her eher ein sterlet nicht so letharisch wie die brassen und da bimmelt auch schon direkt wieder die nächste aber vielleicht reicht es ja schon und es ist ein sterlet und das könnte der level up fisch sein und der kescher ist eh schon wieder voll komm ran hier alter bring mich zum 18er see yes geil da ist er 353 xp nochmal und level 18 eingepackt da bimmelt auch nichts mehr ab verkaufen und dann gehen wir direkt mal zum 18er und gucken was da weiter geht was da los geht und womit wir überhaupt anfangen verkaufen geil nochmal 170 tacken die ganzen grünen hatte ich gerade schon zerschnibbelt juhu 18er 40 tacken alter ab nach frankreich boah ey endlich wieder in frankreich endlich wieder hier ja und für mich natürlich spannend was hat sich im vergleich zur beta geändert das gewässer gab es ja auch in der beta schon anfangs erst diese eine hälfte später dann hier die hälfte also rein optisch so hat sich nichts getan die tiefen stellen ne vielleicht ist die beschriftung dazu gekommen hier ja ich glaube ja aber ansonsten alles gleich gucken wir mal als erstes was wir benötigen um hier richtig effektiv auf die dicken karpfen zu gehen von den ködern ist hier alles gleich im shop kunstköder auch das der neue grüne alles gleich jawohl ähm boilies die altbekannten ja nichts neues sehr gut auch das und hier die kleinen dinge auch also das ist alles gleich spinning rod auch wie am 8er schon zu kaufen das ist entscheidend das ist entscheidend das sind die dicken fetten rollen und den prügel hier den wollen wir natürlich haben abgefahren richtig gut bremse von 29 kilo einholstärke von 16 kilo das ist richtig gut 5637 silber leute sparen für die rolle und dann gehen wir hier unter den rods gehen wir hier auf die 30 kilo oh ja 30 kilo tragfähigkeit karpfenrute 4570 oh ja oh ja oh ja oh ja aber auch richtig geil 30 kilo tragfähigkeit braucht man auch man muss ja man darf ja nicht nur eine dicke rolle haben man muss ja auch ein brett in der hand haben womit man richtig schön dagegen hält und natürlich dann die passende schnur auch die wie zu erwarten kein schnäppchen 30 kilo schnur 521 silber das bedeutet alles in allem brauchen wir für rolle mit schnur und der passenden karpfenrute 10.728 silber lolle ja so viel zum thema sparsam sein ich werde gleich mal gucken was ich hier verkaufen kann und ja demnächst videos vom karpfenpuff wir es wir 24 oben ins ins ko das ist mü ist nicht übrigens Vielen Dank.